Hi, mein Name ist Ariad ÖVM, ich bin Musikerin und komme aus Österreich. Leute, ich hoffe es geht euch allen gut soweit und ich wollte nur sagen, ich habe ein paar Kleinigkeiten für euch vorbereitet, die ihr jetzt dann im Laufe der Zeit, der Tage sehen werdet. Und ich würde mich auf jeden Fall über jede einzelne Unterstützung freuen, anhand von Kommentaren oder einen Daumen nach oben oder einen lieben Kommentar oder jegliche Unterstützung halte, was möglich ist. Auf jeden Fall, Leute, ich gebe mein Bestes, ich unterstütze verschiedenste Musikrichtungen, weil ich in jeder Musikrichtung einen Gefallen daran habe. Das nächste ist, es kommt noch Besseres auf euch zu, aber in der Zwischenzeit bitte unterstützt diese Arbeit und ich kann nur sagen, Step by Step, Schritt für Schritt und dann kann es besser werden. Das ist alles von meiner Seite. So.